So, Alex, wir tauschen dann wieder am Dings, ne? Ja, ja, wir müssen ja wieder. Roberto heißt jetzt Julchen. Na? Und das heißt, Julchen macht im dritten Raum das Schild und macht im ersten Raum das Prisma. Also das hier ist nicht der erste Raum, ne? Das hier ist der Anfang, ne? So, im ersten Raum das Prisma, ne? Du musst gucken, dass du im ersten Raum vorne Richtung Türe einen Ritter tötest. Und zwar nur einen. Moment mal, geschwind. Ja, wenn du so willst. Wichtig, wie gesagt, du darfst nur einen Ritter töten. Das spawnt auch später noch ein zweiter, ne? Den darfst du nicht mehr töten, den lassen wir stehen und am Leben, ne? Und dann im dritten Raum standardmäßig das Schild. Da gehst du dann wieder auf die mittlere Platte, weißt du ja, ne? Und fertig, ne? Der Schwenge heißt jetzt Manu. Buka Buka Buka. So. Der Manu nimmt ganz am Anfang das Prisma hier. Und nimmt im Raum 2 das Schild. Also da, wo man mal hin und her springen muss. Mhm. Ne? Mhm. Was macht der Roberto? Ja, das dauert ein bisschen. Du musst warten bis... Ne, ne. Links und rechts, da kommen ja die ersten Glyphenwächter, ne? Und wenn die zwei weg sind, also das erste Paar, ne? Dann kommt vorne der Ritter. Den machst du weg. Und dann, wie gesagt... Vorne, wo die Tür ist. Wo wir rausgehen dann aus dem Raum. Und dann musst du aber aufpassen. Also du kannst mit dem Relikt ja schießen, ne? Und du kannst auch jetzt damit klären. Aber wie gesagt, da vorne, wenn du da dann bleibst, da kommt auch ein zweiter Ritter. Den darfst du auf keinen Fall anschießen, ne? Also du darfst dann auch nicht blind in die Masse rein sprayen, ne? Du behältst das Prisma, ja? So, okay. Was ist Schwenke, ist Aufgabe? Hier liegt und im zweiten Raum, beziehungsweise im dritten Raum das Schild. Oh Gott. So. Du weißt dann jeder Bescheid, oder? Bescheid. Ein Widerspruch. Bescheid. Kurva. Wenn man einen Raum aufbauen soll. Holy shit. Witch, Queen, Dawn, Turm. Rechtssymbole? Irgendjemand? Der Relikt-Träger sieht dort meistens nur... Witch-Träger. So, und jetzt aufpassen, immer wo die Relikte spawnen, welches wo ist, ne? Jetzt ist nämlich rechts das Schild, das mache ich. Roberto muss nach links. Ich bleibe in der Mitte zum... Reinigen, ne? Und wir müssen die Kaputten so schnell wie möglich wegkriegen. So, nein. Flotte, da ist in der Schar. Ich sehe... Max, kannst du diesen Boden lesen? Flotte. So, und jetzt kommt... Dein Ritter ist da, Roberto. Erde, Schlange, Priester. Priester. Erde. Priester. Kommt zusammen, vorne. Flotte, Priester. Den Ritter nicht töten. Nicht töten. Alles weiter. Ich muss gucken, wo das Prisma ist. Alle ready? Jo. Prisma brauche ich. Ich weiß noch, wie es ist, wird es verteilt hier. Ich habe schon wieder auch nicht Ding drin. Die Ballade schätzt ihr alle fertig, ne? Bin tut. Naja, ich bin es jetzt nicht richtig. Das war mir nicht so richtig. So, links Erde, Hive-Gesicht, Dunkelheit. Hive-Gesicht. Oh, ich meine, ich bräuchte mal dann. Erster Kipp-Totter. Scheiß-Sniper, hier. Stehen da oben am Rand, Junge, und schießen da runter. Kannst du noch nehmen? Nochmal abschießen? Also down. Hä? It's down, glaube ich. Gut, okay. Dann kannst du abfallen lassen. Ey, diese Sniper da oben, ne? Die gehen mir so auf den Senkel. War schwer tot, alter. Ja, Dunkelheit mal 6. Vielleicht kommen da rechnen weg. Komm, rüber. Komm, rüber. Reisender, Witch Queen, Flotte. Reisender. 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 Okay. Dann haben wir Hive-Gesicht und Reisender. Wohlschreif-Gesicht. 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 Wohlschreisender. Ja. Achtung. Galaxy Foil rechts. Was steht in der Mitte? Das ist mal links Let's get it Links kleine Fäule Oh mir geht's mies, mir geht's mies Links reisender Australien, rotes Wierg Australien So, ich komm in die Mitte, Martin Ja, Ritter ist auch da Naja, den muss ich noch schön weg machen, stimmt Ritter ist weg Galaxy, links ist noch eine kleine Fäule oder die ist wieder da? Einmal Schild Super Glyph Keeper Auf einmal Dings Stein Versaken, herzlos Kann rechts nicht lesen Versaken 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 und was? Nice Und immer mal die Fäule Sehr gut Versaken 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 Versaken